So Leute, wir haben jetzt beide eine Truhe in Tilded Towers geöffnet und ich würde sagen, du gehst nach Tilded, ich bleib in Towers und dann, let's go! Ich geh nach Tilded, was ist jetzt? Also ich geh jetzt in Tilded Towers. Sagt dir der Typ, der mit tausend Geschwindigkeit in Tilded rumspangt. Hm, guck mich du auch. Und let's go! Also, hast du auch eine Börse? Wo bist du? Kannst du bitte mal springen? Bist du ein Gummibärchen? Hallo! Mein Aim gerade, ne? Bei solchen Situationen wünsche ich mir, ich hab gar keine 10er Sensitivity. Mist! Wie bist du überhaupt? Kannst du bitte kurz auf mich schießen? Achso, danke. Hä, wo warst du? Hä, wo warst du? Hast du die ganz normale Selbenwurst? In blau. Achso, ja, ich epische Farmers. Warum hab ich grad nicht geschossen? Kraftwerd hat das nicht zählt. Warum hab ich das mitgekriegen lassen? Achso, ja, weil wir ohne solche Sachen machen, ne? Was? Oh, erster Kill geht dann nicht und wir gehen direkt drüber. So, sowas wie Minis lassen wir ja sagen. was sage ich nicht in gar keinem haus ich öffne mal die aus interesse ja da werden die geld drin zum glück habe ich nicht die geöffnet was war da drin weil bei mir kann man zu nachweisen du bist du ich würde sagen du gehst zum p von pleasant ich nach park und welcher hast du denn ich habe eine sniper weil da er ist ja ich weiß das was du meinst wo ich habe mich gerade vor der sonne gesprochen weil ich dachte dass das seine rakete will wäre gehst du doch auf pp rauf ich glaube da habe ich sogar gegen dich mit der spitzhacke eine größere chance was hast du gemacht oh nee c4 was machst du wo ist das c4 da was hast du gemacht das c4 da das c5 was ist das c5 was ist das c4 da das c5 da ich spitzhacke mehr das c5 da Hast du es auch in der Luft versucht? Bist du ein Gunkiebärchen? Savedore ist noch eine Rocket. Als ob. Du hast sie gehört. Suchst du grad Rockets? Er hat die Rockets. Hast du Rockets jetzt? Nein, du hast sie genommen. Hier, ich habe die gedroppt. Ich schaue nur kurz, was in der Truhe gewesen wäre. Oh, Ripp, eine Doppelläufige. Hast du die Rockets genommen? Wo liegen die? Ich habe sie dir gedroppt, du hast sie aufgenommen. Ja, ich glaube auch. Sechs Stück. Nein, nein, nein. Nicht abfangen. 14 HP. Ich weiß nicht, wo du bist und ich habe 14 HP. Jetzt muss ich defensiv spielen. Versuchst du mich grad zu pickaxen? Wie du insgesamt eine Rocket los lässt, ne? Ja, okay, zweite Runde geht an mich, wir gehen nach Haunted. Haunted, okay. Carsten zählt auch dazu. Was? Ist Carsten da. Ja. Ich hatte eine blaue Sculptor. Er. Mitten kannst du? Unten. Okay. Biggies darf ich eh nicht mitnehmen. Unten also. Wo nochmal? Kannst du zeigen? Warte, ich nehme dich to go. Wo bist du? Ich bin hier. Wo ist hier? Ah, ich sehe. Dort unten liegt etwas. Ah, ne. Das ist dein Riff. Komm hier unten hin. Bist du mich? Ich bin dort in der Mitte. Komm mal zu mir. Ich tanze gerade. Ah, hier. Ich sehe dich. So, zeig mir. Nein. Nein, nein, nein. Das verfälscht das Ergebnis. Wir haben schon eine 1-1. Lass mich mich umbringen. Komm jetzt zu mir und gib. Nein, komm weg. Okay. Wo bist du? Ich bin bei Haunted. Ich gehe in die Mitte einfach. Ich hoffe, ich bin in der Mitte. Ich werde dich schoben. Wo was? Ich glaube nicht da oben da. Ja. Ach so. Ist er nachgeladen? Ja. Was? Die Resportzeit wurde erhöht. Wieso das? Ich weiß. Mann, man fliegt so langsam. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich gehe zu Hilst. Du zu Haunted. Warte kurz. Welche Waffe hast du? Wo? Nmg. Ach so. Ich habe so eine. Okay, ich würde sagen, let's go. Oh. Hat er nicht. Wir wollten hin. Was denn? Ich will nicht. So. Du bist ein. Keine. wie viel schild wir haben also hätte ich jetzt den bigness aus meiner truhe mitgenommen hätte ich jetzt genug um ich komplett fliege ich dachte ich mache nämlich drauf auf dich ich mag nämlich flamers reiten wir sollten wieder hoch oder das nach oben kämpfen hast du gebaut bist du schon oben oder wieso bist du so ruhig warte wie viel material bekomme ich warte 94 94 stein muss ich jetzt droppen nein ich bin auch dumm so 94 stein gedroppt wo bist du ich bin's mitte ich muss echt meine sensibilität du bist du ich weiß dass du im haus wird ach so du hast mir sogar schon 50 hp insgesamt ab 100 hp insgesamt abgezogen wow wie viel habe ich dir ungefähr gut ne junk hab das goldteil gedroppt gib mir muni ich schieße auf dich was sagst du gib mir rockets darf man einmal wechseln team nein darf man nicht obwohl doch einmal in einer stadt schon wechseln ich bin grad so dumm mal rocket launcher auch zu sammeln also schau auf jeden fall bei mir auf dem kanal meine live reaction zu als der ghoul trooper gekommen ist krasse emos ich musste mich noch selbst umbringen weil ich gewonnen habe ich musste mich noch selbst umbringen weil ich gewonnen habe gar nicht arrogant ich schaue mal von oben wo so eine chest ist da ist einer hallo ich flieg einfach an dir vorbei mit camouflage was hast du hast du mini muni weil mir reicht meine mini muni nicht für die waffe du bist du ich bin direkt über dir wenn du mir zeigst was deine waffe ist was ist denn deine ach so jana ich gehe zu ich würde ich sagen ich gehe zu und du zu junk stimmt hört sich auch so an let's go aimbot ist aktiviert zum thema junkie was hast du für eine air das ist es ist es ist es ist es ist es ist ok warte da ist sie auf den autos habe ich dir gedroppt hier wo ich drauf schieße ich erwarte ich habe 29 leben das heißt zwei jetzt noch nein let's go ich glaube es wird sogar ein win weil wenn du 21 leben hat kann ich einfach nur 100 schuss in der mini-garn 107 leben ja okay ich schlacht mich kurz ab ich es gehe meine mini mini nicht weil sich verwickelt eine frage kurz was werden denn in der truhe in der diegel es soll die gedei heute ist kulturen also la sie lang doch wir bauen mit bauern halt man darf doch einmal die tors mit china okay hier würde mit 90 liegen also irgendwie fällt auf ich habe aus zufall fast das ganze rutschreifen z wieso switch ich überhaupt die truhe wenn wir das können wir loslegen warte ich gehe nach rechts also so links oder ja eigentlich ist lazy links rechts wo bist du kann ich noch auskaufen warte ich muss eine sache in meiner sensibilität ändern damit dieser kampf etwas leichter ist so let's go wenn es noch ein warmes ne musst du nicht oh ne dual pistol spieler als ob das keine headshots war mit headshots kann man einen so schnell weg flexen der sieger darf das lahm eröffnen wo bist du ich muss gleich ausschalten ach so da ist ja auch noch aber headshots das ist ja auch noch anders nie so wohnen nach vier l vier l l nach lazy town ich hab halt nur eine graue bürste ok du hast jetzt weiß ich habe noch 25 schild mindestens also 26 schild jetzt bin ich one shot also dein headshot hat alles geregelt ich hoffe es wird was ok was ist es kann also können wir auch ohne springen machen deswegen hier liegen es weil das deswegen was hast du ich habe das hier ich habe es nicht gehört habe ich gesehen warte wo bist du da bist du ich denke ich habe mir die tue hol dir doch mal die mission wieder hast du schnell vom mund ab jetzt habe ich noch ein magazin ist meine rendi zu klein warte das sollte aber auch mein reich land es ist so schwer wenn man sniper spiel warte ich gehe nach frisky du nach real ich bin in frisky let's go oh das war ein millimeter das hat man im video gesehen ist meine rendi zu klein ich bin tot habe ich gehittet ich hab noch schild ne nein ja ich bin tot Kann man halt mit ner Bowl zu einfach viel machen, ne? Jetzt geb ich dir so ein 75er Headshot. Er ist nicht gesprungen. Ja, nicht schlimm. Wailing! Ja. Okay, ist verschrott für so ein Fight wie wir haben. Lass in der Mitte Wailing treffen. Lass in der Mitte Wailing treffen. Was grünes Standardmäßiges. In der Mission hieß du sogar Standard. In der Mission hieß du sogar Standard. Nein! So, bist du in der Mitte? Was heißt Mitte? High. Und Lass! The Go würde ich sagen. Und Lass! The Go würde ich sagen. Ich bin direkt über dir. Als ob es im Spon beendet wird. Tschüss. Lass Lonely gehen. Nee. Ja, okay. Alter, Truhe. Was geht auf? Ich komme. Ich bin Gomma. Los. Es geht los. Was? Was? Ob du mit Karten oben bist. Können wir beginnen? Ich bin hier. Wie viele Impulse hast du? Wie viele Impulse hast du? Hallo? Ist das super? Ah, du hast mich getroffen. Oh, oh! Boah, spin! Oh, ja, nee. No, ja, nee. Du bist so, nicht. Du bist so, nicht. Du bist so, nicht. Du bist so, nicht. Wo bist du? Im Rift. Das ist dein Tod. Ich werde dich in der Luft finden, wenn ich dich sehe. Was hast du für eine Waffe? Eine graue AR. Ja. Läfst du gerade runter? Misst du aus dem High Ground? Bist du oben? Ne, bist du nicht. Ah, da bist du. Als ob du legal hochläufst. Ne, tust du nicht. Oh, hier ist noch ein Tor. Ich öffne sie mal. Oh ne, da wäre ein Graffler. Wo bist du? Ah, da. Ja, nach der Runde muss ich ausschalten. Ja, ich schalte aus. Wo bist du? Ich muss jetzt ausschalten. Oh, bei Mr. Lama. Boom. Also, wie viele Kills hat wer? Ja. 3,5. Ich schreib mir das auf und dann machen wir bei den nächsten Augen weiter. Ciao. Ja. 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 Ja.